So, dann bauen wir mal Boote. Boote, Boote, Boote. Ich würde sagen, kann ich einfach mein Auto laden? Nein. Schade. Einfach mal ein Auto laden und das als Fisch verkaufen, als Boot verkaufen. Ich brauche es recht ähnlich. Oh, okay. Wofür auch immer du so weit rauszoomst, ist das in Ordnung, Spiel. Alles gut. So, dann. Noch zwei Pfeiler. Ich verstehe nicht ganz, warum er rauszoomt, wenn ich Tab drücke. Aber es ist okay. Ziefrei, kann ich auch diese Teile da oben draufkleben? Ich vermute es, dass wir hier irgendwie ein flaches Dreieck haben. Vermute ich allerdings nicht. Du bist recht flach, glaube ich. Nein, dich kann man nicht flacher machen. Im Endeffekt sieht man dich eh nur von oben. Bisschen Top-lastig, aber mei. Ich glaube, aus der Empfehlung sieht das so aus, wie ich das dann auch gern hätte. Dann angetrieben wirst du durch Ruder. Dauerkleine Paddel. Lieber schwachere Ruder. Schwachere vor allem. Nicht schwächere, nein, schwachere. Ne, die ersten Ruder. Davon drei Stück. Mehr religiöse Power ist das andere Fahrzeug. Oh, wie perfekt die da über den Rand drüber gehen. Als ob sie sich da festhalten würden. Gibt es da noch eine Fackel? Wo gab's hier Licht? Hier ist Licht. Ne, Fakten gab's glaube ich nicht. Sonst gar kein Licht. Ne, nicht Zyphys. Oh, ne Kristallkugel. Das trifft sich ja perfekt. Vielleicht kann ich da nicht draufsetzen. Als außerhalb mein's Gebiet ist. No. Ist noch drauf, ist noch drauf. Jetzt kann ich ne Kristallkugel vorne drauf bappen. So eine riesige Kristallkugel. Ich kann, was kann ich hier größer machen? Ach, ich kann sie deformieren. Na toll. Hm, wir könnten mehr Gesundheit gebrauchen. Tatsächlich ein bisschen... Hm, ich sollte nicht... Ich sollte nicht wenig machen. Ich sollte mehr drauf tun. Ne, für die Gesundheit. Was ich bedeute, du hast Gesundheit zu bei. Und weil ich dich nicht sehen will, kommst du in den Boden. So. Ja. Ungefähr so nur mehr. Mehr davon, noch mehr davon. Noch, noch, noch viel, viel mehr davon. Ne, so reicht's schon. Nein, sogar eins weniger. Ja, ich glaub, so gefällt mir's von den... Von der Statistik her. So, und dann anmalen wie mein anderes Boot. Ja. Kommt gut hin. Sogar das Feuer auf der Kugel sieht gut aus. Mal was man bei der Textur nicht erwartet. So, mach ich auch einfach einheitlich gelb. So, mach ich auch einfach einheitlich gelb. Das ist nicht gelb. Mach ich das alles einfach gelb. Ja, und dann nur die Kugel als Flamme. Das sieht besser aus. Gut. Dann ist das das, ähm... Ich hab's schon wieder vergessen. Mein Gehirn ist ein Sieb. Äh, meine Kred. Hallo, dankeschön. Ah, ich kann's mir da nicht anschauen. Äh, ich komm auf die Steuerung nicht klar. Moim. Moim, was? Ich krieg das hin. So. Rot. Ah. Perfekt. Das ging so relativ schnell. Sollten wir uns jetzt darum kümmern, gelb zu besiegen. Und da gelb am Meer liegt. Können wir uns gleich noch ein paar Boote kaufen. Boot, boot, boot. Ah. Und alles kann. Ich kann nicht der blauen Nation auch noch den Krieg erklären. Wir sind Freunde mit den blauen, dachte ich. Tut mir leid. Ist grad ein bisschen blöd. Vielleicht beim nächsten Mal. Ich muss erst mal meinen eigenen Krieg. Den Kriegen. Na komm, entsorgen wir sie. Äh, ein Fahrzeug könnte hier weitermachen. Perfekt. Machen wir das hier. Ich hab echt das Gefühl, ich hab das hilft. Wir werden dazu immer noch angegriffen, aber irgendwie sind die jetzt nicht so effektiv. Ähm. Na gut, meine Stadt ist auch nicht so effektiv. Na ja. Lass es jetzt mal so. Scheint, als hätten wir die gelbe Nation ausgelöscht. Kling. Plong. Sehr schön. Eine religiöse Stadt. Religiös konvertiert und religiös. Und. Flugzeuge. Und. Der Humor von Spore. Oh, nicht mal. Ich dachte, es explodiert. Erfolg. Sogar der mächtige Wind gehör ich nun unserer Technologie. Der Luftrichter und die Wirbelröhre ermöglichen dir den Bau von Flugzeugen. Den Bau von Fahrzeugen, die kilometerweit über der Planetenoberfläche schweben und manövrieren können. Keine Flugzeuge. Es sind Fahrzeuge, die... Ja, es sind Flugzeuge. Es sind Flugzeuge. Und ich würde sagen, wir machen jetzt Flugzeuge. Es dürfte ja relativ schnell gehen. Da will ich sehr viel anders bauen werden. Es sind schon wieder die Kanus. Nein. Eine Invasion von Kanus. Aber diesmal ein Kanu mit einer Kapsel. Ich höre Kinder draußen spielen. Aber es ist schon verdammt spät. Hm. Hm. Nein, ich baue es nicht anders. Die müssen sich festhalten. Das Raumschiff baue ich dann anders. Vielleicht. Vielleicht. Ich baue es nicht. Und ich finde mir irgendwas recht flaches. Die meisten Linien kann man nicht mal nachträglich flacher machen. Kann ich euch kürzer machen? Ja, kann ich. So. Kann ich das noch ein bisschen besser draufsetzen? Ich bleib zumindest treu. Fliegen. Womit willst du fliegen? Wahrscheinlich eher am ehesten mit Flügeln. Mit Flügeln und einer Rammdüse. Einer Rammdüse. Einer Rammdüse. Einer Rammdüse. Ich weiß nicht, wo ich die Rammdüse haben möchte. Entschuldigung, darf ich? Dankeschön. Ähm, tiefer vielleicht. Schaust du noch durch? Ja. Schaust du mal durch? Hm, vielleicht dann doch nicht mit einer Rammdüse. Oh ja, zwei Fluchtdüsen. Ich schaue zumindest nicht nach oben durch. Und dann eine Menge Religion. Heilige Pfeifenreiniger. So. So. Eigentlich finde ich das schon ganz gut ausgeglichen. Dann noch in so einem Boot anmalen. Das ist ein bisschen leer. Ich kriege noch eine Kristallkugel. Oder zwei Kristallkugeln. Oder unendlich viele Kristallkugeln. Kristallkugeln everywhere. Ne, eine Kristallkugel vorne drauf. Und wir müssen mit einer auskommen. Wo ist dieses Flammenmuster da? Das hier in dem Flammenmuster. Und... Die Scheiben in dem Gelb. Äh, doch, tatsächlich, ja. Ja, das... das gefällt mir. Und endlich habe ich es mir gemerkt. Äh... Flugzeug. Ja. Flugzug. Ein Flugzug. Er kennt das nicht. Der so bekannte Flugzug. Man könnte damit dafür zumindest gut Werbung machen. Für den Flugzug. Na, das sieht gut aus. Das piept mich an. Okay, ein Haufen meiner Dinger sind nicht mehr konvertiert. Nimm mal den da ein. Nimm mal den da ein. Nimm mal den da ein. Und nimm mal... Wann schon, oder? Ja, die drei. Ja. Blauer versucht, den da ein zu nehmen wahrscheinlich. Ja. Und dann lassen wir den mal. Hier ist eine Atombombe eingefroren. Wir haben den explodieren. Vermutlich nicht. Ähm. Das ist die Rote Nation. Es ist halt schwer, es in diesem Kartenwechsel gescheit zu sehen, was da jetzt was ist. Äh. Niemand kann uns leiden. Der Planet süttert vor unserer mächtigen Flocke. Du wirst das Dicht beleben. Okay. Die Roten wollen Krieg. Dann, äh... Zerstören wir mal ein paar Schiffe, äh... Quatsch, Autos. Warte mal. Wo sind denn alle? Du bist nicht da. Du bist nicht da. Hier sind ein paar. So. Die Schiffe nicht, nur die Autos. Ja. Bleiben wir mal bei drei Autos. Ähm. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge.